Als Account General Ledger ist man zuständig für Abschlüsse jeglicher Art. Es geht um Jahresabschlüsse, Monatsabschlüsse, Quartalsabschlüsse, Reportings, die wir an Investoren versenden und mit denen auch in stetigem Kontakt sind. Jegliche wirtschaftliche Entscheidung sehen wir sofort in unseren Büchern und verarbeiten sie zu einer Bilanz beziehungsweise zu einem Reporting für fremde Dritte. Wir suchen im General Ledger jemanden, der Lust hat sich weiterzuentwickeln und mit uns gemeinsam Dinge weiter voranzutreiben, für den grundsätzlich das Handelsgesetzbuch kein Fremdwort ist, sondern seine Fibel des Lebens ist und Lust hat weiter mit uns IFRS bei der ECE einzuführen, um diesen ganzen innovativ weiter voranzutreiben. Das Team im General Ledger besteht aus 25 Personen und bunt durchmischt. Wir haben Frauen und Männer unterschiedlichen Alters. Ich habe Mitarbeiter dabei, die sind schon seit 30 Jahren bei der ECE und ganz neue Kollegen, die seit zwei Monaten erst dabei sind. Es ist ein Mix aus viel Erfahrung und neuen Impulsen. Wir haben immer neue Themen, neue Aufgaben, neue Herausforderungen, die es gilt umzusetzen. Wir haben tolle Teams und Mitarbeiter, die wertschätzend miteinander umgehen und wo es einfach Spaß macht, miteinander zu arbeiten. Ergänzend? Strategischer Partner wäre noch gut. Das ist schön! Das ist schön! Standardgesetzbuch Genauzus bloodstream Aber es ist so Kleiner der ECE Wir haben places FAS